Sie sagen es keinen Menschen, Herr Sisam. Auch nicht Baklava. In Ordnung, wenn Sie so großen Wert darauf legen. Er wirkte verlegen. Das fiel mir auf. Aber ich hakte nicht nach. An diesem Tag, dem 13. August 2010, war ich wirklich nicht ganz da. Durch Nachhaken hätte ich mir einiges ersparen können. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020